Was genau ist Spiritualität? Wie nutzt sie dir im Alltag? Macht es Sinn, sich mit Spiritualität zu befassen? Bestimmt hast du schon viele spirituelle Bücher gelesen, du hast dir Videos angeschaut, du hast an verschiedenen Webinaren teilgenommen. Die moderne Spiritualität ist die Grundlage für ein erfülltes, leichtes, angstfreies Leben. Darüber mache ich einen Workshop und ich lade dich ganz, ganz herzlich ein am Montag, den 5. Juni um 19 Uhr. Du kannst dich unten im Link eintragen, wir machen das live auf Zoom, da kannst du all deine Fragen stellen. Wie bekomme ich mehr Lebendigkeit? Was hat die Spiritualität mit meinen Problemlösungen zu tun? Sind meine Probleme überhaupt Probleme? Und so weiter. Eine maximale Lebensfreude, die Erfüllung, das Leben deiner Berufung, zu dem du berufen wurdest in dieser Inkarnation, das sind die Themen in meinem Workshop. Ich freue mich von ganzem Herzen, wenn du dabei bist und ich biete es dir an, trag dich ein, klicke jetzt unten auf den Link und sei dabei. Denn ich möchte die Spiritualität zu euch bringen. Sie ist heute wichtiger denn je. Bis Montag, 5. Juni, 19 Uhr. Wir sehen uns.